Das sind Kinder und Jugendliche aus Felsberg im Schwalmederkreis und das sind die Young Americans aus den USA. Die 45-köpfige Gruppe tourt seit Jahren durch die ganze Welt und bringt Kinder und Jugendliche in Tanz- und Gesangsworkshops zusammen. Jetzt waren die Young Americans in Felsberg und 140 Teilnehmer vom Grundschul- bis ins junge Erwachsenenalter machten mit. Hier einige Impressionen von der Abschlussshow. Musik 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 Musik